Das Klappholtal, was heute auf Sylt als Klappholtal bezeichnet wird, ist eigentlich ein Platz in den Dünen, das durch klapperndes Holz in Verbindung gebracht wurde. Früher sagte man, ein Klappholtal ist der Dreschplatz gewesen. Das ist noch die ganz frühe Zeit gewesen, noch die Zeit vor der großen Mann dränke im 14. Jahrhundert. Und dann kam die spannende Bedeutung, dass man in der Zeit der preußischen Regierung nach 1866, man versuchte diese Dünenwelt im Norden der Insel Sylt aufzuforsten. Und dann wurden kleine Bäume, junge Setzlinge in die Dünen gegraben und der Weststurm kam und das Holz klappte um. Und die plattdeutsch sprechenden Waldarbeiter sagten, da nur ein Klappholt, also Klappholtstal heißt es eigentlich. Umgewehtes, umgebrochenes Holz. Die Gebäude, auch dieses flache Gebäude, neben dem wir hier sitzen, sind aus dem Jahr 1915. Und das sind Gebäude gewesen, die während des Ersten Weltkriegs hier gebaut worden sind. Ein Angriffsplan der britischen Marine auf die Nordwestflanke Deutschlands ist verraten worden und man hat dann Vorsorge getroffen. Schwere Küstenartilleriegeschwitze auf die Dünen gebracht und die Soldaten lebten hier im sogenannten Lager Klappholtal. Das war seit 1915 der Fall. 1918 hatte sich die Sache erledigt. Und in dieser Zeit, als dieses Lager von den Syltern Brett für Brett abgerissen wurde, entdeckte der Sylter Arzt, der damals noch kein Sylter war, er kam aus Hamburg hierher, Knut Ahlborn, die älteren Sylter kennen ihn alle noch von Angesicht zu Angesicht, entdeckte diese Gebäude und entschied, das ist der Platz, wo wir unsere jugendbewegten Träume vom naturennahen Leben, dem Leben in Harmonie mit der Natur versuchen können, wo wir noch einmal starten können, was durch den Ersten Weltkrieg verloren gegangen war. Und das nannte er dann das Freideutsche Jugendlager Klappholtal, im Jahre 1919 gegründet. Es ist praktisch eine Heimvolkshochschule gewesen und im nächsten Jahr, 2009, wird diese Einrichtung 90 Jahre alt. Mittlerweile ist die gesamte Fläche 7,5 Hektar groß. Die Fläche wurde nach und nach zusammengekauft und es ist im Privatbesitz unseres Trägervereins und die Gebäudeanzahl beläuft sich auf 86 Gebäude. Gebäude ist etwas hochtrabend, denn viele dieser Gebäude haben einen Rauminhalt von 9 bis 11 Quadratmetern.